Feidra kann über die Homepage der FH mit der Unterseite Bibliothek aufgerufen werden. Alternativ dazu kann auch der Link, der nun eingeblendet wird, direkt eingegeben werden. Bereits ohne Anmeldung ist die Suchfunktion möglich. Unter Login können Sie sich mit den FH-Credentials anmelden. Wenn Sie nun den Suchbegriff eingeben und auf das entsprechende Ergebnis klicken, gelangen Sie zur Detailansicht. In diesem Fall kann das Dokument heruntergeladen oder angezeigt werden. Darüber hinaus ist eine Anzeige der Metadaten möglich. Bei anderen Arbeiten, die durch dieses Symbol als gesperrt gekennzeichnet sind, ist ein Herunterladen und eine Ansicht nicht möglich. Allerdings können diese Arbeiten in der FH-Bibliothek angesehen werden. Wenn Sie sich nun mehrere Arbeiten speichern wollen, können Sie das über Merklisten tun. Direkt in der Detailansicht, aber auch bei der Suche ist das möglich. Unter dem Reiter Merklisten sind alle Ihre gespeicherten Merklisten sichtbar. Hier können Sie Objekte aus den Merklisten löschen, ansehen oder die komplette Liste leeren. Des Weiteren ist es möglich, eine Kollektion zu erstellen. Kollektionen können mehrere Arbeiten zusammenfassen. Wichtig ist, dass Kollektionen eine dauerhafte eigenständige Signatur erhalten. Darüber hinaus werden für Kollektionen Metadaten angegeben. Kollektionen sind in der Suche sichtbar. Sie können auch nach ihnen filtern. Nach dem Klicken auf eine Kollektion oder auch bei den eigenen Kollektionen sind die Metadaten sichtbar. Die Identifikation ist unter dem Link sichtbar. Die Mitglieder dieser Kollektion und das Blättern in dieser Kollektion gelangt zu den einzelnen Schriften. Diese können wieder separat angezeigt und mit der Detailansicht begutachtet werden. Klicken berat === Klicken Achter Axel